Ich wollte Freitag um 18 Uhr Wollte ich mal einfach mal ein bisschen zu Meister Check this So wie gewohnt auf der Map Hijacked Heute habe ich ein Thema am Start äh so wie fast immer und zwar das gelogen ähm das Thema ist müsste ich nicht wundern ähm ich hab Halsschmerzen und deswegen kratzt meine Stimme vielleicht manchmal ein bisschen ab weiß ich nicht und ähm das Thema ist eben das ich wollte Freitag um 18 Uhr wollte ich mal einfach mal ein bisschen zu Minecraft streamen auf YouTube das kann man jetzt ja und ja keine Ahnung ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben ob Freitag für euch geht ob ich streamen soll und ob ihr dabei seid weil ich finde jetzt nicht es lohnt sich ich ich finde es lohnt sich oh mein Gott ich finde es lohnt sich nicht zu streamen wenn ich irgendwie nur einen Zuschauer habe und und der ist mit mir selber im Stream sondern es sollen wirklich paar Zuschauer sein und dann könnt ihr mir auch gerne mal Fragen im Chat stellen aber ja genau ich ich weiß ja nicht ich glaube ich mache mir viel zu hohe Erwartungen ich habe das Gefühl nie dass niemand kommt der Typ da hat ein Tier schwert das könnte ich auch mal gerne ver vertragen komm schon okay alter ich habe echt naises eklip digga das wäre eigentlich schon das Thema und ähm kennt ihn in die Kommentare schreiben für euch passt Freitag 18 Uhr so ich kann drehen mich gerade ein bisschen also wenn es nicht passt dann stream ich auf jeden Fall streamer schon zu Minecraft oder irgendeinem einfach mal ein Buch zum ja ein bisschen SG PVP Master Builders vielleicht aber ich stream einfach irgendetwas und dann warte warte ich muss niesen gini doch nicht alles klar und ja ähm folgendes katholische typisch ich habe keine Ahnung wo das ist ne und ähm eben schreibt in den Gartort schreibt in die Kommentare ob ihr am Freitag um 18 Uhr könnt und ich wiederhole mich die ganze Zeit aber es juckt mich jetzt einfach nicht und ob ich dann auch streamen soll und ob ihr dabei seid würde mich nämlich übelst freuen dann werde ich das auch mal öfters machen wird nämlich echt nice und vielleicht dann auch auch mal auf Twitch und diese Runde haben wir gewonnen das wärs eigentlich schon gewesen GG leider wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne eine positive Bewertung da schreibt auf jeden Fall in die Kommentare ob Freitag für euch passt und ich kann sollte ich kann nicht sicher sicher sagen dass ich ganz liebe weil vielleicht gibt es noch ein paar Probleme aber bis jetzt ist alles im grünen Bereich aber ich informiere ich dann noch mal und es werden auch andere Leute dabei sein zum Beispiel vielleicht salzwasser bläst all diese Leute die ihr ja schon kennt also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da schreibt im Kommentar ihr wisst genau was abonnieren wenn ihr wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut da rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal